SERVUS! JAHHAHAHA! Servus und zurück hier am start bei dem WEB-Bees. Mit mir, dem Chris und meinem Gast, den Marco. Jo hao, haben die RSSZ Gaming auch am start hier. Kennst du mich vielleicht schon vom ersten video hier auf dem Kanal? Und auf jeden Fall haben wir heute ein PC und zwei Spitzer raus. Ich übernehme mal das Movement der Hölle. Der Marco versucht sich im absoluten Aimen mit dem PC, obwohl er normalerweise immer einen kleineren Joystick gewohnt ist. Wir reden aber jetzt hier von der Playstation. No home. No home home. Alter, ich bekleck mich am Arsch, Alter. Come on. Und ihr habt jetzt das Wissen, ich bin eigentlich PS4-Spieler, ne? Und das ist sowas anders. Warum? Achso, ich hab's aufkommen. Ach, das ist aber... Ach, das war die Hurenwaffe, Alter. Ha, Schieber! Schieber? Schieber, ging mal Schieb hier. So, mein Mann, hallo? Oh, ticke Headshot. Nehmen wir sie ein, oder was? Oh Gott, bin ich zu schocken. Jetzt schwitzt das Bohnen da hinten, ne? Oh, noch mal, noch mal, noch mal. Ja, der ist schon... Nein, der liegt, der liegt, der liegt, der liegt. Alter, ihr den googelt auf, oder? Oh Gott. Jetzt kommt er, jetzt kommt er gleich. Links, links, sieh, sieh, sieh. Ja, ja, ich seh's schon, ich seh's schon. Bleib mal, bleib mal. Ne, ne. Da, gib ihm, gib ihm. Stirb doch! Ja, Mann, Alter, ich war bei einer Ausgehebte, ohne Scheiß. 155-Gefall Drohne, Alter. Wir haben übrigens Drohne, Blitzschlag und geschützt dabei. Und die Fischteurerln. Alter, ja, weil er zu zweit war. Er spielt da mit der BRM, ne. Von hinten, von hinten. Von hinten, von hinten. Von hinten, hallo? Der Drohne nähert sich. Alter, der ist üb. Ja, das ist natürlich... Phantomadas. Mit dem FC Spawner, das gibt's gar nicht noch. Hä? Mit seiner dreckigen BR. Vor allem mit dem dreckiges Visier, ne. Ja, ist geil. Ich versteh's einfach nicht. Oh, da warst du... Oh, da warst du übelst draufgegangen. Oh, das machen wir da wieder zu schnell. Oh, yeah. Ja, ich bin schon ein bisschen sensibler jetzt mit meinem Movement. Oh, da hinten, oder? Come on, jetzt halt. Spawn-trappen die Jungs. Hä? Als ob da keiner spawnt, oder? T-Mate kann ja wieder absolut gar nichts, Alter. Boom! Boom! Alter. Ja. Oh, das war nicht. Was? Waaah! Oh, cool, dass wir in den anderen auch noch catchten sollen. Oh! Wenn die wissen, wie wir spielen, ne. Ja, Mann. Den hat er so gut verkauft. Oder zur PS-Fähigkeit. Er ist in der Luft gestanden, wenn der Michael E. Jones seine besten zeigt. Ja! Hinter uns! Hinter uns! Was hinter uns? Nein, Mann. Tschöing, 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 tschöing. Ist das gut? Ja, tschöing. Hey! Das ist so lächerlich, unser Team-Mate, ne. Was machen die da? Was machen die da so, ehrlich? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Da kann man. Ja, es connectet kein Schiss zu. Es connectet kein Schiss zu. Es connectet einfach kein Schiss zu. Es connectet einfach kein Schiss zu. Es connectet einfach kein Schiss zu. Also, sollt ihr vielleicht mal in den Genuss kommen, unser Video zu anschauen. Leider ist er der RBM-lichste Wurm und hat auch die Position eingnommen. Ja. Fittig. Ja, Mann. Ja, Mann. Nimm das Thermal-Masier. Schau doch mal, die Leute liegt da oben! Das ist zu zweit! Zu zweit! Zu zweit! Ja. Wolle und du an oben, Alter. Tag ist Teil. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Die Games ist richtig gescheit, die Kameraden. Lächerlich. Er macht uns halt einfach so hart, ne? Ach, der gibt dir einen. Boah! Ja, genau, Alter. Beim Arsch ist in dir. Genau. Die Stimme vom Beim Arsch. Hopf! Also, der sollte das Video mal anschauen und sollte einen verkaufen. Wirklich. Hast du den? Alter, der war mega episch. Ja, der war gut. Also, die Jungs haben auf der Playstation nicht so ein schlechtes M wie der. Oh mein Gott! Der auch nicht so schlecht sein! Der auch nicht so schlecht sein! Nun, der Brezi ist da! Let's go! Hinter uns! Hä? Hinter uns! Wo hinter uns? Hinter uns ist es out of map? Weißt du, was ich meine? Äh... Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, der gehört nicht zu uns. Gleich seid ihr stacheln bereit. Ich wollte mich stacheln. Ich wollte mich stacheln. Ich wollte einen Hupf. Im Haus! Im Haus! Hupf! Wie ein Blitzschlag! Oh mein Gott! Ist das ein Essenhauer? Ja, 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 ja. Wir holen dich erst hinter hinten. Nein! Nein, wir müssen einfach eins vorkriegen. M 16 von Citizensuch! Entschuld, Alter! Geh zurück! Ja, ja, kinda. Hupf die Geschütze! aufstellen stört doch hinten kommt einer oh Gott ich hab keine Muni mehr ich hab keine Muni mehr ich hab keine Muni mehr ich war gerade zündet der Blitzschlag Alter ist das ungewohnt let's go der geschützt macht halt gar nichts Alter der Blitzschlag ist da Jungs der Blitzschlag ist da und der macht das let's go und Servodus im EF ich hab das ein ganzes Leben geschwitzt dass der Servus reiht ich treffe nichts ich hab deswegen unbedingt ein paar magische wieder am Start aber ihr Challengers sind so dreckig ne Alter als hättest du mich aus dem Kick komm mit ihm weg komm mit ihm weg um als letztes hast du das gesehen wie oft ich da auf den Pister geschossen hab das ist nicht toll oder oh Gott gib uns AIRtime yes Baby oh sehr nice haun an du Warll gut und hängt jetzt mit meinem sporen haben wir sie uns gefahren wo es leid Ich weiß gar nicht, ob wir es gerade gezeigt haben, aber wir sind richtig gut gegangen. 32, 33 oder so. Alter, dass ihr das überlebt, dass ihr das überlebt. Nein! Nein! So krass ist die Wellen dann auch nicht, weißt du? Achso, ich hätte gemeint, dass ihr nicht umgeconnectet zu den anderen. Der stirbt ja nicht, weil der jetzt hochkriegt. Das ist ein Bastard. Ich komme jetzt bestimmt von da. Alter, der wichst mich! Ihr lauft einfach mit Raketen mehr auf uns. So lächerlich, ey. Stirbt doch! Alter! Ihr schafft es einmal. Ich brauch einfach vollst lang, dass ich den Köln nehm. Meinen dreckigen Drecks ein. So lächerlich. Dirty, dirty, ey! Der liegt aber, ist ja... Nein, der ist da. Da ist ein schlechter Benahm. Ja, Mann! Ja, Mann! Mit die Staffelkunst du auch, geil! Ja, Mann! Und das war wieder der mit seinem dreckigen Visier, ey! Der war ein Bastard so, ey! Das war der letzte! Der Hero-Abschuss! Der Hero-Abschuss, ey! Alter, wenn wir ihn zerstört haben, Alter! Alter, gib dir das! Das ist ein Ordner. Man ist ja das sehen, dass wir zu zweit mit der Tastatur spielen haben. Und wir machen den Jungen! Gebt euch den Scheiß, Köln! Ey, der war nicht noch mal so schlecht, ne? Ja! Boah, 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 Alter! Also, übrigens, seit gerade eben gibt's ein PC auf Ebay zum Verscheiden. Inklusive Black Ops 3. Oh, da fahrts mal, bin ich noch ein Hausty vorbei, weil ich glaub, der liegt noch einen guten. Hahaha! Sehr geil, sehr epic! Warte, dein Vollgas auf B, oder? Dann wollen wir's wirklich schwitzen. Nein, 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 nein. Oh, der war nice! Oh mein Gott! Hau an, hau an! Wie? Wo ist ein Ma... Das ist irgendwie, Alter, zwischen den Mausten. Das ist Maustrad! Hau an, Alter! Alter, das hätten wir's alle holen können. Wir hätten's ja alle holen können, Mann. Oh, ok. Nice! Ja, nice! Ja, sauber, Alter! Das ist wohl deinköln, Alter! Das war unbezündig deinköln. Ui, 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 vorne! Oh, und dem Letzten! Oh, Mann! wotren gibts mal eine neue Zündung es kam ein bisschen weniger jetzt wissen wir jetzt durch die Serie passt jetzt kommen wir morgen wo ist der jetzt auf A hat der schlechteste Spill in dem scheissland Warte 110 Punkt ja nehmen wir pflück ihn oh mein gott mit dem ist hier jetzt möchte ich das dann richtig umsweater ist nicht ja blitzschlag alter blitzschlag das wird voll klappt es mir das wird voll 560 Grund absolut kein troffer nein ich hab mir schon mal raus gespielt jetzt gucken wir in den Spitz mal raus gespielt wo sind die kiff du mal die Schweizer Gnade wenn du den spielst oh das ist so und ihr spielst du bist einer eigenen Dreckst Gnade weg Menno war mit dem mit dem wie sie langerlauf und thermal er spielt nein Leute was machst du da Gott ist der schlecht wir wollen ja noch die easy mit uns Not ja 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 ey ey ne ey 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 Scheiß Boost, Alter. Ihr macht's so ernst, ne? Ich glaub, es ist richtig gespitz. Unschmack. Den Rest nicht immer zwischen 10 Nr. zu müssen, dass der noch mal glaubt. Was machst du? Wir hängen da an dem scheiß Eggfest. Das ist ja eh der Hakenrast, oder was? Ja, Mann. Die Klaue des Verderbens ist rausgestattet. Alter, wir haben ein Geschütz-Aimen. Wir sind so down, Alter. Wir sind so down, Bitch. Ey, das ist so lecker, Alter. Wenn ich's Geschütz mache, das ist nicht er. Das ist lauter Inkompetenz, Alter. Fertig. Gott! Verkauft! 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 Oh, Gott! Oh, Gott! Immer jetzt drei PS... PS4, Alter. Drei, drei PCs stehen jetzt im Lokal auf, Alter. Es juckt dir einfach nicht, es juckt's einfach. Es juckt dir einfach nicht. Donnie geht, Donnie. Was interessiert denn mich? Es juckt denn? Wer hat die Schläge neben sich, Alter. Und lässt sich dann auch noch umboxen. Fertig. Verkauft! Oh, Gott! Oh, Gott! Ich will es immer sehen. 100% Nein! Oh, Gott! Das war doch nicht cool, Alter. Oh, fuck, Alter. Scheiße! Aber richtig geile Session, Alter. Ohne Scheiße. Richtig geile Session. Und bitte, hoffentlich sehen wir die Geiste. Alter, das ist also geil. Ja, Alter, wenn wir es da stehen haben. Nein, nein, nein. Wiuiuiu! Ja, Mann. Alter, 38% waren es positive Bilanz. Das ist richtig stark, Alter, richtig stark, Alter. So, meine Freunde, die gepflegten Unterhaltung. Das war ein mega, mega lustiges Ding, was wir da abzusagen haben mit Call of Duty. Wie gesagt, der Marco war am Start vom ASZ Gaming. Auf jeden Fall mal die Links unten anschauen, weil der ist ja nämlich verlinkt. Ja, und da oben gibt's von uns die anderen Videos, die man auf jeden Fall auch anschauen sollt. Genau, und wie gesagt, schaut's bei mir vorbei, wenn's Bock drauf habt. Auf jeden Fall Like, Daumen nach oben, alles da, ihr wisst Bescheid. Und wir sehen's im nächsten Video, beziehungsweise ihr seht's schon im nächsten Video. Und ja, übrigens auf meinem Kanal, kurze Eigenwirkung. Okay, ist erlaubt. Ist erlaubt. Ich hab jetzt auch ein kleines Video aufgenommen, und zwar am PC auf meinem Kanal, Solo, könnt's gerne vorbeischauen. Wie gesagt, ist aber kein Muss. Habts rein. Ciao, ciao. Servus.